Die AP sind ein bisschen viel für den Dead-Field-Damager. Ich weiß nicht, dass es schlecht war. Oh, ich sehe, du hast eine ganze Menge Gas gefunden. Jaja, ich hab das nicht mal ordentlich mitgenommen. Den Fehler mach ich nicht nochmal. Ähm, ist der Kopf da von einem Wichtigen? Ja, das ist ja der eine, der mir doch die Köpfe... Jaja, von den Tücken da. Genau. Das passt schon. Ähm, die Beowood-Motion ist auch geil. Du kannst unten den... kannst du eins der Toolkits wegschmeißen. Findest du eh immer tausende neue. Tränen-Gas, meinst du, das ist geil. Zwölf-Gorge. Tier-Gas. Ja, der Rest ist doch in Ordnung. Dein Eiscream-Truck. Ist alles noch nicht wirklich aufgeräumt, aber naja, was soll's. Hm, who cares? Zeit zu speichern. Ihr kehrt. Und ab in den Subway. Sandwich essen. Sandwich essen. Ja. Ich hab' gehofft, wir würden sie nicht treffen. Ich bin überlebt hier. Die sehen wir. Oh, wie man sieht, das wird gleich heftig hier. Ja, wer steht denn da jetzt schon vor der Tür? Ruta steht nicht gut. Ruta steht nicht gut. Ja, immer drauf da. Kurz nachdenken, kurz nachdenken, warte mal. Gar nicht nachdenken. Meinst du vielleicht schießen? Klar. Die müssen doch eh kommen. Und so hast du da oben schon mal alles weg. Ok, Ruta nimmt den, der am schwersten zu treffen ist. Den ganz hinten. Geh nicht so. Machst du gleich Feuerstoß. Ruta hat... Ich könnte auch mit ihm mal ne Granate... Ja! Das ist doch die Idee. In die Mitte. Ich speicher vorher mal ab. Hier rein. Hier so. Ne, weiter, weiter, weiter. Ja, genau da. Ja, perfekt. Ok, das war... Solid. Guck mal. Kann ich mal nachladen? Die liegen da einfach nur rum. Kann er nicht. Klar. Keine AP, ne? Achso, ja. Kostet natürlich auch ein bisschen AP. Ich hoffe mal nicht, dass Marm jetzt hier in den Rücken schießt. Dann nur noch Ayana. Nur noch Ayana, dann musst du dir die Sorgen nicht machen. Oh, ist doch nicht hier ernst. Ich glaub schon. Uiuiuiui. Da tun sich Abgründer auf. Im Schießer. Jetzt trifft Spider. Jetzt trifft der Arzt. Jetzt trifft Dr. Quinn. Ich lach mich kaputt. Komm, schieß mal. Ach, brauchst du nicht. Ach, mach schon. Mann, ja, das Ding hier. Boah. Na ja. Civilian ist hit in die Hit. Und alle freuen sich, weil alles stirbt. Die stehen gleich wieder auf, die Kollegen hier. Ja, dann musst du mit Ayana mal noch ein bisschen was verteilen. Und den, den ich nicht sieht, kann sie auch treffen. Und jetzt alle nach links gucken lassen, weil es können ja nur noch welche von links unten kommen. Da waren schon mal vier Tote in einer Runde. Ja. Pretty solid. Aber wie man sich die Civilians auch direkt befeindet. Ich habe mir gerade versucht, ein absolut sinnloses Wortschirm mit vier Tote in einer Runde einfallen zu lassen, aber das selbstverständlich kriege ich nicht hin. Yes! Okay, dann machen wir mal hier den klassischen an der Wand Gucker. Und den durch die Scheibeboxe? Ja. Ja, dann weißt du, dass du alle mit Pistole armen kannst, ja? Was war das? Ja, das ist der Farbenscreen, was sie treffen, was sie nicht so gut treffen. Nice. Kannst du den noch nicht? Ja, ich wusste nicht, dass der in der Version auch noch... Was kann man hier noch so drücken? 3D-Kurse? Naja, da hast du halt den... Genau. Mehr ist es nicht. Oh, nice. Okay, das wusste ich nicht, dass es eine Übersichtskarte gibt. Und ich spiele das Spiel auch schon seit... ...Danger Zones for Mercenary. Na gut. Hm. Ähm. 3D-Kurse, Talk to King. Mhm. 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 Ey, aber hier, Kollege RootDog. Wo ist da hin? Hier gucken. Und schön auf Tauchkern. Und den Granite Launcher auch mal nachladen vielleicht, oder eine andere Waffe in die Hand nehmen. Oder? Meinst du nicht auch? Ja, guck mal, die AP sind schon wieder rot. Hier, so muss man das machen. Ja. Ah, da braucht er nicht mal AP für. Doch. Na gut. Aber sollte vielleicht wirklich mal eine andere... Er hat ja sogar drei Waffen. Ja. Hier hat er den Granatenwerfer auch nicht... Ich weiß nicht, was ich gerade gehört habe, aber ich mag es nicht. Oh, meine Eier ist auf mich verwendet. Alle mit Extended Ear. Alle total paranoid. Hm. Nee, was du nicht? Eigentlich reicht mir alle mit Extended Ear. Oh, meine Eier ist auf mich verwendet. Ich weiß nicht, was ich gerade gehört habe, aber ich mag es nicht. Ah, perfekt. So, wie wir machen schauen. Ja, Mann. Ist das da? Ähm, ne. Und ab in den Torso. Was hat er hier für eine Munition? Eigentlich ist blauer. Ich glaube, das hier ist noch die... Das ist ein Shotgun. Hier ist die Tränengasmunition drin, glaube ich noch. Nee, dann wird das noch blau. Warte mal. Wir sehen. Warte mal. Oh, doch. Ach. Keine Gasmaske. Nee, keine Waffe, keine Waffe mehr vor allem. Fällt nicht so ohne rum. Ja, er hat keine Waffe, aber er hält noch eine in der Hand, ne? Ja, naja, Buggy halt, ja. Aber ich gebe trotzdem mal noch einen Schuss rein, oder? In die Beine aber. Trevor. Trevor braucht eine Pistole, Mann. Verdammt. Warum hast du Trevor keine gegeben? Er hat aber auch zwei extrem gute Waffen. Ja, das G3, ne? Ja, aber das G3 braucht immer so viel AP. Ja, weil es keine Addons hat. Noch nicht. 70 AP, Mann. Ach, nicht in den Torso. Gott, ey Anong! Die sollen ersticken. Mann, wir haben sich vergaßt und dann erschossen. Pretty solid. Must resist making racist German joke. Ah, hier kommt gleich noch jemand um die Ecke. Wenn die jetzt ins Tränengas rein. Ja, ich denke wir haben alle. Das wäre umgefallen. Ja, und zwar im Tränengas. Ich glaube der jetzt mal dann um die Ecke stand. Ja, hier kommt Trouble. Ja! Das war aber nicht sehr, ey. Aber es ist schade, dass Spider jetzt das zuerst sieht. Wieso? Ariana sitzt da auch. Ja, lassen wir das mal der Französer. Der meint, kommt gleich. Headshot. Ich weiß nicht was ich gerade gehört habe, aber ich mag es nicht. Ich? Ich? Oha. 96. Oha. Pass auf, dass sich die Gaswolke nicht zu weit... Nee, die ist ja schon am abklingen. Oh my hair! Sehr schön. Nee, warte, warte, nimm mal die Pistole. Mal gucken, wie auf die Distanz das mit Ayana mit der Pistole aussieht. Mal so Pist, ey. Warum? Da schieße ich aber nicht in den Kopf. Nö, im Torso. Ganz gemütlich. Guck hier. Jetzt liegt so noch ein Gas drin. Gozu-Kritiker? Jetzt Gas reingeschossen. Oh, das sind ein paar Vorlagen. Ey, ey, ey. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Guck hier. Ayana, Headshot. Nee, hier. Rosebud? Mit der... Oh nein! Rosebud mit der... Was ist das für Muni? Beowulf-Rifle. Ach so! Extrem böser Shit, das sag ich dir. Na, hau mal drauf. Oh, ein Marksman! Ja, Beowulf ist... Boam! Beowulf ist Krüppel-Munition, oder was? Macht auf jeden Fall gut Krach. Na, Punkt. Fünfziger-Kalibre. Ein großer Shit. Na ja, Fünfziger-Kalibre ist ja dasselbe mit dem auch das M95 schießt. Ey, Ayana wird noch zum Pistolen. Spitzel ist. Oh, sehr schön. Ja, so ne Pistole im Häuser-Kampf. So ne Pistole ist schon jetzt im Close-Distant-Fight, äh, nicht zu vernachlässigen. Ach, auf jeden Fall. Uuuuh. Weil sie kostet halt so gut wie keine AP und man kann auch mal ein Magazin leer machen auf einen der vor einem steht. Du kannst ja mal schön den einmal... Apropos Magazin. Irgendwie hab ich ihr gar keine Munition gegeben dafür. Was ist das? Nein, nein. Das ist die 357er. Hab ich gesagt? Die Pistolen-Money. Was hab ich gesagt? Oh, hab ich die noch dabei? Nein, die hast du verkauft. Oh, Shit. Ja. Das ist verdammt gute Pistole, ey. Tsching, 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 tsching. Ja, das ist Bobby Reyes. Ah, ich brauch 3,57er Pistolen-Money. Ja. Ey, guck mal, Rootalk hat Level 5. Ja. Ja. Hier oben ist doch keiner mehr. Ich hab jetzt nicht so genau hingekommen, als sie eben noch... Ah, ich schon. Naja, dann sind doch irgendwelche, die wieder irgendwo rumhängen. Na, die sind unten. Alle. Kann sich mit Ayana vorgehen. Die brauchen noch ein bisschen Experience. Ayana hat da jetzt auch 92% Amor. 92%? Das ist ziemlich viel. Naja, man kann ja hier auch noch mehr... Oh, sehr schön. Davy Headshot, los! Ab, Kopf, Kopf, Kopf! Achso, das ist die Shotgun. Achso, das ist die Shotgun. Kopf, Kopf! Den sollte ich vielleicht mal so... Ja, ja, den bockst du um. Dann kannst du ja zurückgehen. Aber den hier muss in Kopf. Mit der Pistole. Ja. Nochmal. Ah! Oh, ist das schön. Und dem anderen, dem schießt ihr in die Beine, zweimal und dann prügelst du ihn. Ich schieße einmal in den Kopf und dann kommt ja auch. Na, das ist vielleicht schon oder vielleicht? Ah! 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 Nervig! Ich weiß nicht was ich gerade gehört, aber ich mag es nicht. Vielleicht nicht. Oh, sehr schön. Ayana. Aber sie hat... Oh! Zwei Pfeil, nur ein Schuss. Oh! Jetzt musst du aber mal zeigen, was du kannst mit der Waffe. So ein Wanted-Schuss. Du ich beide durch, bitte. Ne, ich nehme mal die andere Knarre, die ist halt... Ah, wie langweilig. Ab und Kopf! Ne, das ist kein gutes Ziel. Was? Ist das so scheiße? Ja, irgendwie kann sie nicht so richtig... Ach! Fensterglas. Fensterglas. Ja. Geht gerade durch zwei Fenster geschossen. Fenster nicht Glas. Ähm, ja. So. Ja, hinlegen, oder was? Hat nicht irgendeiner Tränen gehabt, oder Reizgas? Ja, Rosebud. Äh, Aidsgas? Reizgas. Wenn ich immer das, was du hören willst. Ich hab mich verhört, entschuldige. Zack, Trevor interrupt. Ja, dann ab dafür. Guck mal, das Glock Magazine, aber nicht die Glock. Das Glock Magazine? Ist das so was wie das Time Magazine? Ja. Oh, sehr schön. Zack. Das war Double Shot, oder? Doppel-Munition, oder? Duplex? Ähm... Da müsste Duplex-Munition sein, oder? Ne, das war... Das ist High-Heavy-Munition. Ah... No worries, Sport. Only I can't be sure a ding in this one. Muss aber mal einen bringen, hier. Ja, ne. Jetzt schieß sie. Schieß sie. Yes! Jetzt weißt du, warum Mom da so besch... äh... Mom soll ich schon... Ayana so beschissen getroffen hat. Guck gedeckt, da. Ich schieße mal auf den Kopf. Der Kopf ist nicht so gut. Warte, jetzt mach ich mal diesen Screen hier. Ja, sie steht im Gelben. Steht gut gedeckt, ja. Okay, Zeit für Ayana. Ja, ein bisschen weiter nach außen. Ich geh einfach... Ich geh einfach genau vor die Fresse und geb ihr einen Feuerstoß. Feuerstoß? Hallo? Feuerstoß im Kopf. Das sollte bei Wikipedia unter der Definition fail... Als Video... Oh no! Oh, das war noch ein bisschen her... hinten, ja. Warum du nicht... Warum du nicht so oft... Ja, shit. Können wir gleich mal jemanden holen, der eine Granate hat. Ne, kannst du gleich die Dinge holen hier. Oder warte einfach, wir laufen nicht gleich rein. Weil sie nicht mehr gefährlich sein werden. Ah ja. At the one freaking mate. Clever. Trevor... Und Stanley... Ja, sauber. Ich hätte gezogen, würde ich sagen. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Timmy. Ich weiß nicht, was ich gerade gehört habe... Aber ich mag es nicht. Bagger! Captain Critical macht sich noch übelst einreihen. Ey, guck mal hier. Die sind hier über den Tresen. Ui. Sie steht gut gedeckt. Aber er muss erst mal sterben. Du kannst ja wieder hinlegen, wenn du dich hinlegst. Ayana geht erst mal an den Tresen. Ist es Anathilke? Nennst du dich Anathilke, oder? Genau. So, jetzt kann er einen Schuss abgeben. Und sich hinlegen. Und sich hinlegen. Der muss auch hoffentlich mal treffen. Und hinlegen. Abmarsch. Ich glaube, er hat die Duplex geladen. Kann man hier nicht nachkommen. Ich glaube, er hat die Duplex drin. Ich dachte, du hast vorhin heavy geladen. Ja, da wird auch garantiert einer. Oh! Spruch! I killed somebody! Wee. 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 Was war es mit den beiden, die hier vorne waren? Wee. Gib mal Ayana die Glock. Ist voll scharf auf die Glock, ne? Ich geb ihr mal die Glock mit der Glaser. Mädchen spricht mich auf einer Party an, sie will die Glock. Den Kock. Minus 10 von 10, aber die Glocks, die Glocks nicht richtig heil, wenn die jammt dann hab ich natürlich wieder nichts gekonnt. Grüne Munition. Glasfaser-Munition. Glaser. Splitter-Munition. Ah, so nennt ich das, genau, Splitter-Munition. Da sind Glassplitter drin. Ja, das ist richtig Ghetto-Methoden hier. Ach, Problem, wenn der Gegner eine Rüstung hat, dann bringt das nicht viel. Ja, ab und komm. Was, Stefan, oder? Irgendwo einer und einer campen sichern, nehm ich mal. Guck mal ganz hinten links nach, ich dachte ich hatte vorhin hinten links noch welche gesehen gehabt, genau da. Speichern und ein bisschen rumrennen hier. We've got trouble. Oh, da geht was ab. Oh, der wollte... Was macht denn der da? Und chill da rum. Das ist ein Block. Du musst mir einen Moneyboy-Kommentar sparen. Zeit für Schatz, das würde ich sagen. Oh, sehr schön. Oh, das ist kein guter Flash. Oh, ich hab nichts gesagt. Hast du gesehen? Zwei Kugeln? Cool! Die erste macht das... Die erste macht das Glas kaputt, die zweite macht den Kopf kaputt. Ja. Ja. Ich denke, wir haben alle. Vielleicht nicht. Nicht abholen. Dann sind da auch bestimmt noch mehr. Ja, das stimmt, ich wollte gerade sagen, unten links sind schon noch welche. Guck mal unten links noch. Hier? Äh. Da geht's noch rein. Oh nein. Ich hätte hofft, wir würden sie nicht mit ihnen jetzt treffen. Blackjacket, Helm, keine Leggings. Nö. Kratten die Beine. Oh, schön. Oh, nice. Mechanical Skill. Ja. Weil sie gerade ihre Waffe geanjampt hat. Sehr schön. Sehr zuverlässige Handvolle Waffe. Ja. Er steht daneben und guckt erst mal zu, wie sein Kollege über den Haufen geballert wird. Ja, aber AK brauchst du nicht. Hat Helm und Weste. Ab in Tome. Äh, egal, welche an die Beine. Später. Äh, nimm natürlich die Waffe nochmal. Nimm die SICK oder so und schieß da nochmal. Oh, da siehst du den Unterschied, ja? Ja, warte einfach. Der kann doch eh nix machen. Der wurde gerade auch zweimal getroffen. So wie dazu. Wie daartig. Das ist nicht nötig. Naja, das stimmt. Na, du hast recht gehabt. Wenn die Waffe, äh, nur ein bisschen kaputt ist. Ich hab auch nicht gedacht, dass er mich da nochmal... Wobei, du kannst ja nochmal versuchen jetzt. Vielleicht jampt sie diesmal ja nicht. Na, ich geb ihm einfach an. Mit SVT. Okay. Hahaha. Oh no. I had hoped, we would not be meeting them now. Sie kriegt ja wirklich jeden Interrupt, ja. Ah. So geht's auch, ja. I killed somebody. Was liegt da eigentlich rum? One for our side. All enemies are down. So, dann würde ich mal sagen, äh... Cheat Level 2 reached. Jo. Was ein Erfolg. Ja. Guck mal, wie viele Schränke ich auch so... Schlesch bin. Wallet. Wallet ist immer gut. Wallet ist immer gut. Du könntest einfach auf dem Inventory spielen gucken und dann direkt danach suchen. Das funktioniert halt nicht. Also... Äh, da oben ist noch ein roter. Ne. Das ist so roter. Ach so. Aber ist komisch, dass hier gar keiner war, der, ähm... Der? Na, so ein Typ, der ankommt und sagt, ey, hier verpiss dich und so. Ich hab noch einen Subway. Weißt du? Ja, aber du bist nicht in Berlin im Subway. Ja, aber du bist nicht in Berlin im Subway. Ja, aber du bist nicht in Berlin im Subway. Ja, aber du bist nicht in Berlin im Subway. Ja. Wow. Great line. Smoking, ey. Flashbang, mach ich mal mit. Flashbang auf jeden Fall. I got it. Ich frag mich immer, wie Flashbangs an Haltbarkeit verlieren können. Das sind eh nur einmal Waffen. Ja. Ich glaube, er kann die auch reparieren. Oh, Creper. Oh, Creper. Oben war Creper grad. Oben rechts. Ja. Ja. Creperton. Was ist diese Droge? Diese... I got it. Tausend Sachen mehr machen können. Excuse me. What was I supposed to do? Ach. Oh. Kommando Armour auf Radio. I got it. Ach stimmt, Creper Gehen war das... Creper Gehen ist das Wundermittel. Creperton ist aber auch nicht schlecht. Ich hab grad mal... Kannst nicht so? Ja, das kriegst du 300 AP oder was? Zuckerschock oder wie? Gut etwa, ja. Nichts cleverer. Oh, there ain't nothin' here. Ach so, was ist denn da? Ha, ha, ha. Ja. I got it. Creper, Tom. Creper, Tom. Ach so, was ist denn da? Ein paar mal verwenden. Okay. So wie Coca-Cola. Jo. CM. Okay, haben wir alles, ne? Oben noch? Ach so, ja. Dann können wir nämlich hier weiter in die nächste Subway. Ah, ich verstehe. Und vergiss nicht, äh... den Röntgenblick wieder auszumachen. Ja. Okay, Alice Backpack ist eigentlich auch ganz gut. Rucksack? Ja. Das beste Backpack, glaub ich, Alice. Weil's von Alice ist? Ich dachte, die bieten mir in seine dann. Pierre Lepfeau. Ah, nein, 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 nein. Ich bin manchmal ein bisschen an Trinity von Matrix. Deswegen macht's ihnen an Telefonsäle, glaub ich, auch ein bisschen Sinn. Pierre Lepfeau. Pierre Lepfeau. Hoppla, jetzt mal 5 Milliarden. Got it. Die Dinger aufmachen. Inventory screen nochmal, oder was? Jo. Alle da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einer fehlt mal wieder. Rihanna, Schwarm, Trevor, Spider, Rosebud. Excuse me. What was I supposed to do? Maybe not. Money. Bitzen, Junge. Sieht toll aus. Ist auch nicht doll. Akan Sum Sumu. Was bringt ihr denn Kohle? Oh doch, ne? Ja. Utility Case willst du nicht verkaufen? Alice Backpack für Ayana. Wow, what? Das ist ja... Wie viele Slots hast du denn? Das ist ja pervers. Dann kann sie ja nicht mehr auf Dächer klettern. Das stimmt, ja. Dann kannst du das Trevor geben. Aber guck mal, er kann das nicht anlegen. Ja, er kann es nicht tragen, ja. Ne, auch nicht. Warum nicht das? Ja, ich glaube das hat mit den Spezifikationen zu tun, wenn ich ehrlich bin. Kann man das nur an einer bestimmten Stärke tragen? Kann sein, ja. Ja, aber hier, sie trägt das auch. Und sie ist nicht stark. Ja, vielleicht hat das wirklich mit dem... Oder mit Dex oder so. Ich geb das mal um. Ja. Hier, das Messer, das brauchst du eh nie... Machete, 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 machete. Das hat übrigens so funktioniert. Ich hab diesen Kreperhändler erschossen. Und im Nachhinein konnte ich ihn dann auf den Kopf abtrennen als gleiche. Natürlich, so macht man das ja auch. Ja. Na, so macht man das wirklich. Naja, klar, ich weiß. Ja. So, wie möchten wir ihn jetzt haben. Oh nein. Oh, schön. Ich hätte hofft, dass wir sie nicht jetzt treffen würden. Wir wissen jetzt, dass so viele Gegner hinter uns sind. Hm. Die sind wirklich hinter dir, oder? Ja, ja. Irgendwo hier. Und zwar alle. Ja, ja. Dreh dich mal um. Ey, sind aber auch viele Zivilisten, die... Dreh dich erst mal um. Ne, ne, aber... Du meinst direkt... Ja, die sind direkt hinter dir. Dreh dich mal um. Ne, die sind hier hinter der Tür. Ah, ich verstehe. Das heißt, irgendeiner muss die Tür auch mal bewachen. Nö, das heißt, du machst ein... Irgendwann bist du Spieß-Interrupt-Hure. Naja, klar. Wartest halt, bis alle rauskommen und kriegt jeder halt ein Vorbeigehen ein reingezimmert. Trevor könnte mal hier... Trevor? Ich meine, das ist eine super Waffe hier. Die HKG3, aber... Keine Add-Ons dran. Macht's halt nicht ganz so gut, ne? Dann ist halt Mom mal kurz mal hier mal einen wegschießen. Ja, Mom snipet und Ayana macht Interrupts. Ja. Mom kann sich grad nicht hinlegen, ne? Hm? Komisch. Er kann sich nicht hinlegen. So? UGH! Wieder Duplex hast gesehen. Äh... Excuse me, what was I supposed to do? Ja, hat aber wieder nicht gereicht, ne? Scheint ja ganz schön... Ganz schön behämmert. Musst du halt mal ne Runde Boot-Dock machen, ne? Oh, man SKS. Oh, der hat gar kein Treffer fällt. Tja, kein Sniper-Dings drauf. Eieieiei. Tja, wieder nur die Französin, würde ich sagen, ne? Bleibt nur Ayana, ja. Hinhocken? So, mach ich's mit der Waffe oder mit der... Ja, reicht mit der, reicht. Die Kritiker sollte reichen, ne? Ich speichern mal, das müsste reichen, ne? Der hat ja nur ne Pistole, der kann eigentlich nichts machen. Gleich geht die Tür da drüben auf. Klar. Ja. Oh, meine Hände! Ja. Na, links und rechts halt, ne? Sollte sie treffen, ja. Sehr schön. Passt. Vielleicht mach ich Gas. I don't know what I just heard, but I don't like it yet. Ach so, ja. Wer hat denn noch hier? Er hat doch... hier. Ja. Kein Gas. Kannst du auch Ros... äh, Rödingus schießen lassen. Ah! Ah! Oh, perfekt. Ja, das heißt, alle, die jetzt da rauskommen, fahren jetzt grundsätzlich erstmal um. Außer wir haben ne Maske. Oder es liegt Strom. So. So. Mhm. Ja. Rosebud, dein Moment. Das, äh, kam ja wie... Headshot. Headshot, oder? Richtig schön... Uuuh, das ist cool. Das war klar. Das war ein harter Treffer. Ein harter Treffer? Das ist... Ich muss ja den hier unten noch erschießen, ne? Noch einen. Rosebud darf nochmal. Ja. Und der nächste, der enthauptet wird. BAM! Ist die Biro-Wiff-Munition, oder? Wie kann jeder das sehen und nicht fragen, was wir für ein Leben tun? Oh! Guck, seine Laune geht gleich hoch. Ja, 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 Moral-Apostel kommt. Äh, ja. Achso, ich muss den hier unten erschießen, weil... Ja, solltest du vielleicht noch machen. Sonst kommt nämlich keiner mehr raus. Ich habe jemanden! Oh, da unten ist einer gekommen. Oh, da unten ist einer gekommen. Oh, gesund. Aber Router kann sie nicht schießen lassen. Der muss aber. Vielleicht mal die Waffe wechseln doch auf das Ding hier. Das kann man auch solid. Also der andere Router hat den interrupt. Ey, es könnte jetzt... Ist's egal. Alles in Ordnung, der trifft nämlich nicht. Das habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt, alles, alles wird gut. Da kommt noch jemand. Ja, aber was wird er machen? Ja, aber was wird er machen? Dann ist Ayana wieder für die da hinten. Ja. Lässt jetzt die Französin mal umdrehen. Ist ja gewöhnt. So. Freundchen. Reicht. Einfach zu gut die Knarre, Mann. Ein Marksmanship-Skill! Nein! Schon wieder. Wie sollst du nochmal geschossen? Jetzt hat sie 98 oder so. Der war doch... Du willst schon mal die? Bagger! Keine Ahnung. Kannst du die Waffe nicht switchen? Doch, kannst du es. Voller. Ne, 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 ne. Ja klar, wegen der Bank, ey. Na, wieso das doch... Oh shit. Oh no. Okay, das geht noch. Achso, die Zivilisten nicht. Schocks! Oder Militär nicht. Doch, doch. War das ein Zivilist? Wow, die shit. War das ein Zivilist? Ne, das war kein Zivilist. Zivilist hat nicht so eine Pumpe in der Hand. Zivilisten hatten hier schon ganz andere Waffen in der Hand. Ja, aber... Warte mit Root Dog einfach. Also ich muss vielleicht... Echt nochmal ein bisschen tricky hier. Die ganze Geschichte. Wechsel mal die Waffe. Genau, mit dem Granatwerfer. Damit macht man sich Freunde. Jawoll! Hey, ich hoffe nicht, dass ich gerade einen Zivilisten gerastet habe. Nö, ach weiss. Daran darfst du gar nicht denken. Da ist er. Kannst du nochmal gleich. Kannst du gleich nochmal mit dem Granatwerfer. Und hin damit nochmal. Volle Möhre nochmal. Sehr schön. Das war jetzt gar nicht mal so gut. Ne, eher nicht. Dann kriegt ein Körper mal die beste Waffe, die er hat. Sondern genau, kann er sich mal hier um Captain Schrotflinte kümmern. Schießt ihn mal hier. Ja, sauber. Beautiful. Beautiful. Ja, sehr schön. Killed somebody? Ja, ja. Geht doch, Freunde. Liebe Freunde der Duten Geschmacks, ja. Root Dog kann nicht. Das ist keine Muni mehr. Hey, was du brauchst? Oder die kippen wahrscheinlich. Die kippen wahrscheinlich weit um. Bagger. Kann sein, ja. So, Root Dog darf nochmal. Jetzt darfst du mal anlegen. Nicht Kopf. Ich muss sagen, ich denke ich bin besser mit diesem Schepp. Jetzt etwas besser. Und gleich wieder enttäuscht. Ja, passt schon. Hier, Ayana. Jetzt mach den Sack zu. Na gut, sie hat auch die beste Waffe. Ja, klar. Guck mal, wie viel die Waffe einleitet. Schon wieder? Die hat 60 Accuracy. Guck mal, die hat gar nicht so krasse Werte eigentlich. Schon wieder Marksmanship? Achso, das ist jetzt der 7. Achso, weil du geladen hast. Wir. Wir. So, wait for it. Let them come. Ist beide noch Munition? Ja. Heavy geladen dieses Mal, ja? Ja. Guck mal, die hat, die Waffe hat. Ah, die Waffe ist gut. Gleich immer. 50 Accuracy ist gut für sie, weil sie nicht so gut schießen kann. Soll ich mal Root, was auch so was geben, eigentlich. Guck da! Ah, ich weiß das hin. Oh, mein Ahr ist eine kleine Tricks auf mich. Oh nein. Sie hat gerade eine Knarre im Rücken, würde ich sagen. Oh nein. Es geht schon ziemlich schnell jetzt. Ich glaube, es ist noch ein, zwei Gegner da. Nee. War alles voll. Kamen alle aus dem Klo oder was? Ja. Nee, auf der anderen Seite waren die alle gewesen. Boah, da war so ein großer Raum hinten. Sie waren alle auf dem Klo. Hier zwei. Was machen? Ja, okay. Frauen sind ja immer zu zweit auf dem Klo, ne? Ja. Waren ja auch Frauen. Was machen wir auf dem Klo? Heiraten. Jo. Jetzt geht's los hier. Männerklo. Da ist da, wo die Action startet. Oh nein. Jo. Ich hoffe, wir würden sie nicht jetzt treffen. Spezialist auf dem Klo, Mann. Helm, Wester, SMG, Kopfschuss. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Jo. Wir? Was ist das, was ich sehe? Oh nein. Ich habe dir halt echte Klo überwacht. Oh nein. Ich hoffe, wir würden sie nicht jetzt treffen. Schöne Klo-Party. Nervier. Ja. Keine Enemies? Keine Enemies? Keine Enemies? Keine Enemies? Keine Enemies? Keine Enemies? Was? Ich glaube, die hat die Granate vorhin getroffen. Weiß ich bin cool und ich helfe dir. Na du, wieso verarzten kann doch jeder. Soll nicht mal sich alleine drum kümmern. Hör doch auf, lass sie sterben. Ich sehe etwas. Ist doch kein NPC. Kein wichtiger zumindest. Eine gute Tat am Tag. Dann größe Krebs habe ich gehört. Bingo! Agrim 2000. Das klingt nach einer großen Gauze. Schissen mit SMG. Facility Case, Facility Case, Facility Case. Mach mal den Rundgenblick an hier. Was gibt es hier noch an Items? Rundgenblick hast du jetzt an? Ne, warte. Jetzt hast du Rundgenblick an. Money. Money. Creeperton. Was noch in den Spinnen? Bingo! Wood Camo Kid. Got it! Got it! Ein Okulas. Ah. Got it! Und ein Surgery Pack. Das ist gut hier. Die großen Surge Dinger, die braucht man immer. Ja. Mit Kids. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das Video an dieser Stelle aus. Ja. Got it! Ich dachte hier geht es noch weiter runter. Got it! Nee, du musst ganz unten an den Kumpen. Geht es nicht noch weiter runter? Ich glaube nicht. Gut. Dann, ja. War es das mit dem Video. Abbegrüßen. Dann, ja. Dann, ja.